Ich hätte wohl das gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Da unten soll es ja total übel sein. Ja, da sind wir ja, da sind wir ja, da sind wir ja vermutlich hier. Yo, hallo Leute, ich bin's wieder, Caligula zockt und zwar machen wir weiter und zwar müssen wir jetzt hier die Stadt verlassen. Es ist jetzt endlich soweit, wir kommen jetzt endlich aus Pittsburgh hinaus und da haben wir doch auf dem Weg hinaus die beiden Kollegen hier getroffen. Anscheinend auch Überlebende, die auf der Flucht waren, genauso wie ich und Ellie, beziehungsweise wie Joel und Ellie. Und ja, jetzt sind wir also zu viert erstmal und vier Leute sind immerhin besser als zwei. Von daher kann sich das eigentlich nur lohnen. Was ich nicht weiß ist, ob die wirklich so freundlich sind, wie sie zunächst tun. Aber das wird sich ja alles noch zeigen. Und erstmal sammeln wir obligatorisch alles ein, was wir sehen. Und ein Trainingshandbuch. Molotovs verbessert. Molotov Handbuch Band 1. Verbesserter Radius von Bandbomben. Konstruktion bei allen Brandsätzen muss auf die Konstruktion geachtet werden, um eine einwandfreie Detonation zu gewährleisten. Okay. Super. Können wir auch das verbessern, wenn wir mal zur Werkbank kommen. Herrlich, herrlich. Okay, dann scheint es hier erstmal gewesen zu sein. Schauen wir mal weiter. Wollen wir nicht alle warten lassen. Okay. Nebenan Wache. Genau. Ja, das ist der Ehrenhaft. Wow, 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 wow. Ach, so ein schönes Wetter draußen. Und das schöne Wetter ist dahin. Jetzt kommt wieder die Realität auf uns zurück. Okay. Okay. Wie weit ist es noch? Nicht weit. Nicht mal weit. Wenn wir jetzt Ellie beobachten, sehen wir, wie sie jetzt den einsteckt, wenn sie es nicht schon getan hat. Wer liegt da noch? Jetzt müssen wir mal. Müssen wir jetzt mal. Mist, wie war denn das? Die guckt jetzt nämlich ganz verdächtig. Die steckt den ein und später gibt sie ihm das als Geschenk. Das weiß ich noch. Man kann das hier beobachten, aber ich weiß nicht, wie man das triggert. Mal. Ja, jetzt. Jetzt hat sie ihn eingesteckt. Herrliches Detail vom Spiel, finde ich. Nicht schlecht. Und den kleinen Robocop werden wir später noch wiedersehen. So, jetzt sind wir da draußen. Ist jemand? Weil die laufen alle so geduckt. Genauso wie ich. Ja. Shit. Okay. Okay. Da drüben umsehen. Ich schaue hier. Ich gehe hier lang. Such da drüben. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Ich wollte die irgendwie anlocken, aber jetzt hätte ich zum Beispiel Zwiegelsteine gebraucht. Wer wagt es zu glauben, aber jetzt brauche ich ihn wirklich. Aber jetzt probiere ich mal so. Wow. Auch der hat gesessen. Jawohl. Wir kommen langsam in Übungen, Leute. Oh, herrlich. Das war eine gute Taktik. Ja, aber die Nagelbombe für eine Person. Ich wollte eigentlich die zweite auch noch erwischen damit, aber na gut. So ist es halt. Kommen wir gleich. Ich muss nur was gucken. Was ist hier drinne? Ach, hier sind wir hier gekommen. Hier noch was? Ja. Oh, das hat sich sogar noch gelohnt. Eigentlich bin ich schon mal zurückgegangen. Nicht schlecht, Herr Specht. Okay, auf den Truck rauf. Auf welchen? Auf den hier. Gut. Wobei es ist mit der guten Laune. Keine Munition mehr, nichts. Scheiße. Verdammt. Oh, ich habe den noch im Kopf getroffen. Wieso lebt der noch? Warte mal, probiere ich mal einen Bogen auszurüsten. Habe ich auch keine Munition mehr. Ei, ei, ei. Nur noch eine Schrotflinte. Hat der Munition? Hat der Munition? Hat er nicht. Verdammt. Verdammter, verdammter Dreck. Och. Oh, 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 oh. Der hat mich jetzt als erstes erwischt. Oh, scheiße. Töte mich nicht, Mann. Bitte, bitte, lass mich gehen. Komm, Mann. Nein, Mann. Gut, zweimal Schrotflinte. Warum der manchmal nicht weiter drückt, sondern den dann sprechen lässt, das verstehe ich nicht. Aber na gut, so ist es. Hier weiter. Durch die Tür. Ist es wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Nur, ich habe einen Schlüsselmann. Und woher hast du den? Ich habe einen umgelegt. Er braucht den nicht mehr. Kommt alle rein. Ui. Früher mal im Büro gewesen. Also sei nicht 14, er ist jünger als 14. Pillen, jawohl. Ich brauche mal so langsam mal wieder eine Werkbank. Habe schon lange keine mehr gesehen. Müssten jetzt ein Haufen Teile wieder da sein. Wir sind da. Okay. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm. Zieh dir das mal an. Wow. Wow. Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten. Wachen die scheiß Brücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wow. Alles gut. Au. Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Wenn er wüsste. Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Wir auch. Was gibt's da? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden. Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er da hin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Okay, dann rock'n'roll Leute, rock'n'roll. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay? Okay. Jetzt ist das Ganze nochmal bei Nacht. Nichts zum Einsammeln da. Also, wenn hier irgendwann Gegner sind, dann sollten wir das Licht ausmachen. So viel steht mal fest. Weil das fällt doch dann sehr auf. Oh, da hinten ist einer. Okay. Wir schleichen uns an sie ran. Hey, ich komme dir nach. Okay. Ich versuche warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Vorsichtig. Wir haben Infizierte erledigt. Und jetzt! Gut, 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 gut. Haben die was? Nichts. Ich habe keine Munition mehr, ey. Nur noch zwei Schrotflinten. Schüsse. Mann, 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 Mann. Wo sind die jetzt lang? Hier raus? Hier rinnen auch irgendwo Klicker rum. Wo sind die langgelaufen? Da sind sie. Gut. Da sind, da sind Klicker, da hinten. Er lebt doch noch, du Dödel. Jetzt ist er tot. Gut. Okay. Also renn auch hier. Ja, ich weiß. Also renn auch hier Infizierte rum. Nicht nur Banditen. Das macht die Lage natürlich ein bisschen unübersichtlicher. Na gut. 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 Er hat uns noch nicht gesehen, glaube ich. Er hat uns noch nicht gesehen. Der schießt die ganze Zeit auf die Klicker da hinten. Jetzt, 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 jetzt. Okay, er hat uns immer noch nicht gesehen. Hier kann ich den Strom, glaube ich, ausstellen von dem Scheinwerfer, oder? Scheiße. Aber ich habe jetzt ein bisschen Munition. Oh. Wo, 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 wie viel sind denn das hier? Ei. Oh, 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 das Gerät außer Kontrolle, Leute. Das Gerät außer Kontrolle. Aus dem Weg. Wir müssen erstmal Übersicht verschaffen. Irgendwo rennt hier noch einer rum Geh weg Ich brauche, ich brauche Medikit Oh verdammt, ich habe 0,0 Leben Tot Oh ey, ich muss dringend heilen Leute, ich muss dringend heilen Munition Munition Ne, ich gehe da noch nicht lang Ich brauche erstmal was zum Heilen Ich weiß gar nicht, wie der heißt Er und sein Bruder Hab ich völlig vergessen Mit so wenig Leben Brauche ich gar nicht weiterlaufen Ey, verdammt Ist in dem Laden da drin noch was? Mann, Mann, Mann Ich schaue mal in dem Laden nach Aber ich gehe eher vom Westcase aus Hier ist noch ein bisschen was Was ist das? Ah, hier hätte ich wieder was basteln können Aber na gut Ah, ein Medikit, gut So können wir das auch machen Gut, und jetzt sofort Heilen Gut Und weiter geht's Schauen wir mal was dahinter ist Oh, 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 oh Okay Okay Okay, das war doch nicht nur einer, oder? Der hat doch geschrien Ja Das glaube ich nämlich auch Okay, Räuberleiter Oh, das Auto nervt sich, höre ich gerade Alles klar Alles klar Los geht's Okay, los, auf geht's Komm schon Schneller, schneller Ich habe keine Leiter mehr Verdammt Was soll ich denn jetzt machen? Die Schweine Hier Rein, 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 rein Okay Okay, das war gescriptet Weil der hat ja extrem lange gewartet Der Geschützturm Äh, die wie Verräter Aber na gut Die wollten sich vielleicht auch nur selber in Sicherheit bringen Wer weiß Naja Trotzdem so berauschend fand ich die Leistung jetzt nicht Von den beiden Oder beziehungsweise von dem Älteren, der beiden Mann Flasche Nehme ich mal, sammle ich mal ein Okay, ich kann eine Nagelbaum mal herstellen Das mache ich jetzt auch sofort Und dann werde ich die mal probieren Irgendwohin zu locken Wieder nur einer Einsammeln Ziegelsteine nehme ich jetzt mal mit Man mag es kaum glauben, aber es ist so Viel verteufelt Aber jetzt können sie mich mal Aus der Patsche helfen Jetzt können sie mir mal aus der Patsche helfen Oh Okay, das war jetzt a la Rambo Mann, 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 Mann Okay, jetzt sind wir wieder nur zu zweit Also der Abstecher zu viert Der war sehr kurz Wäre ich da auch vielleicht Wieder mit runtergesprungen Dass wir alle vier hier uns aus der Patsche helfen Ich weiß es nicht Ich weiß nicht, ob ich auch so reagiert hätte Hm Billiard, keine Zeit dafür Okay, ich glaube mal, wir müssen eine Etage höher, nehme ich mal an Ja Los, wohin? Wohin muss man das Ding stellen? Wohin muss man das Ding stellen? Ich glaube Das ist, wird einfach was ist ein Ich glaube 真的, weil es ist Dann Du 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 Ich frage mich die ganze Zeit, wo wir das Ding hinstellen sollen. Ich frage mich die ganze Zeit, wo wir das Ding hinstellen sollen. Da, wo kein Geländer ist am besten, aber das wäre ja hier. Hier ist ein Pillen. Ein Glück. Hab ich die noch gesehen. Jetzt. Ellie, geh mal bitte aus dem Weg. Komm, Ellie. Ich stelle das Ding jetzt hier hin. Aber das ist doch auch falsch. Das ist doch auch falsch. Hier hin. Weil da ist ja ein Fenster. Ne, da ist kein Fenster offen. Das sind nur diese. Leute, es ist wieder so weit. Jetzt. ja auch nicht ach so warum zeigt er mir denn da so ein ding zum hochklettern jetzt müssen wir uns beeilen hier ja 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 schnell 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 lauf lauf johle komm ok wir haben es geschafft glaube ich sie sind jetzt an der brücke und ist eingestürzt kann nicht wahr sein ich gebe dir deckung und dann hinst du du hältst mich oben keine diskussion die kann ja gar nicht schwimmen was ist jetzt nee gut ich dachte ich muss jetzt irgendwas drücken ach da sind die beiden wieder ihr peinliger oder du peinliger besser gesagt ja was denn mein problem ist er ist sauer aber er wird uns nichts zu bist du dir da sicher stopp er hat uns da draußen im stich gelassen ja er konnte das allein schaffen und ihr lebt aber euch zu helfen hätte ihn gefährdet bleibt da wird ihr an unserer stelle noch mal umgedreht ich hab dich gerettet und mich auch johle wir wären ertrunken es ist schon gut ich bin okay was mich angeht ich bin froh dass ihr lebt also der funkturm ist hinter dieser clip okay da gibt es tonnenweise zeug du wirst froh sein dass du mich hast also jetzt sind wir endlich mal aus der stadt draußen und was diese geschichte angeht im prinzip hat er ja auch recht im prinzip hat er auch recht es hätte ihn gefährdet aber trotzdem war es in diesem in dieser situation einfach schwer zu verstehen aber im nachhinein versteht man das schon jetzt hat man hier wieder was zum einsammeln was für ein boot meint sie denn das hier habe ich schon was gefunden ach die meint das da hinten ich hoffe da ist keiner weil es ist echt friedlich hier draußen ich bin schon dabei oh sieht das schön aus leute sieht das schön aus ja okay hier runter ein firefly anhänger gut ja auf dem wasser ist das etwas anders anhänger der von feuer ja das haben wir schon mal gefunden okay kann man denn da auch hoch kann doch da auch hoch ich bin jetzt herunter gesprungen aber man kann ja hier sich noch weiter umschauen alle hier ist noch einer von diesen comics die du immer liest ah antiteilchen starlight anti particles lesen ach so alles klar für ellie was haben wir hier noch kurz notiz es sieht so aus als wäre ich dem chaos und dem durcheinander lang genug ausgewichen meine zeit zu sehen neigt sich dem ende zu ich habe keine vorbereite mehr und dieses boot hat schon bessere zeiten erlebt und wisst ihr was so musste es auch irgendwann kommen mal sehen was von ihrer was von der menschheit noch übrig ist was kann schon schief gehen oder falls sie mein skelett findet tretet bitte nicht auf mein schädel danke ich also ish also jetzt nicht ich sondern ich ist schon ihr habt ja gesehen wo ist denn das skelett liegt es hier irgendwo ehrlich hast du was zu erzählen ne ist nochmal voll ok gut haben wir die comics gefunden nehmen wir mal da hoch so schön friedlich es gibt so ein film da wird simuliert wie die welt ohne menschen aussieht sprich wenn die menschheit ausgestorben ist wie sich die natur nach und nach die städte zurück holt und ich muss sagen dass das spiel erinnert mich ein bisschen daran aber ich weiß nicht wie der film hieß mir fällt der name nicht ein dann muss ich mal nachgucken ich kann es euch ja in anderen parts mal erzählen welchen film ich meine ihr kinder allein kommen mit doch allen du bist okay okay gut hätte ich auch ohne deine hilfe gemacht kollege oh jetzt ist es wieder eklig es war gerade so schön jetzt sind wir hier wieder in irgendeinem loch drinnen aber wir sind zu viert das geht schon okay die wege trennen sich mal wieder ich hoffe jetzt mir auch nicht ich hoffe die bleiben aber wirklich dann bei an unserer seite dann auch nicht so wie vorhin nicht so wie vorhin da sind sie ist hier irgendwas hier kann man reinklettern aber ich denke mal man muss hier durch und es ist aber versperrt und dann muss man dann durch das kleine gloch kriechen ja genau so ist es dann auch nehm ich mal an wenn du das aufkriegst krieg dich durch und mach die Tür auf das habe ich mir ui nicht schlecht, der schwächt okay dankeschön elli sowas haben wir hier gefällt mir schon wieder überhaupt nicht hier das ist schon wieder so eine bedrohliche Stimmung 50 Teile glaubst du sie bleiben bei uns und kommen zu Tommy? na ich weiß nicht wir müssen einfach abwarten was sich ergibt das denke ich auch Kanal, Kanalisationsnotiz jetzt bin ich seit einigen Monaten weg und die Welt geht weiter zugrunde wo man auch hingeht gibt es Infizierte und Nicht-Infizierte die dich töten wollen die Menschen sind wieder Teil der Nahrungskette Baby unglaublich, dass ich so lange überlegen konnte die Kanalisation ist ziemlich sicher wegen der wenigen Ein- und Ausgänge ist sie leicht zu verteidigen und wenn doch jemand hereinkommt kann ich ihn in diesen Irrgarten abhängen ich bin zwar nicht hart, aber ich bin schnell vielleicht sollte ich einfach hier unten warten bis oben wieder alles normal ist ich glaube ich bin jetzt erstmal ein Kanal-Maul-Wolf-Mann wünsch mir Glück ich okay das war die die aus dem Boot im Boot schon die Nachricht geschrieben hat jetzt fragt sich nur war die erst im Boot oder erst in der Kanalisation es kann sein, dass wir sie hier antreffen werden und dann gibt's hier noch irgendwas wie eine Werkbank oder sowas hier ist auch eine Werkbank oder? nee, ist es nicht verdammt schade Ich habe genügend Teilchen jetzt. Das müsste jetzt für ein paar Upgrades reichen, wenn ich sie bloß finden würde. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Okay, muss man... Mal schauen. Hier kann man erstmal... Etwas. Okay, dann muss ich mal rüber schwimmen. Ah, Mist. Hier an der Brücke irgendwie. Okay. Auch nicht. Das kann es echt nicht sein. Jedes Mal irrisch hier rum. Ich komme nicht ran. Ich weiß es nicht. Muss ich hier tauchen? Kann man da durchschwimmen? Hier nicht. Da auch nicht. Dann macht der andere auch mal was. Ich bin hier immer permanent alleine am irgendwas machen. Kann man da durchschwimmen? Ne, kann man auch nicht. Hier unten ist irgendwas. Oh, oh. Okay. Und hoch. Auftauchen. Ich hoffe, das reicht jetzt schon. Das war echt allerhöchste Eisenbahn. Ich hatte nicht mehr viel Luft. Gut. Ich sehe mich mal um. Bleibt wachsam. Okay. Oh, es wird immer gruseliger, ey. Okay. Hier geht es durch. Sonst ist hier nichts weiter. Ne. Da würde es rausgehen, aber... Das wäre... Das würde nicht funktionieren. Hier geht die Leiter hoch. Da oben ist ein Holzbrett, was man bestimmt wieder zum... Als Floß benutzen kann. Ich höre Klickergeräusche. Oh, scheiße. Oh, da habe ich mich erschrocken, ey. Der muss sitzen. Ist es der Ich? Schnell, 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 schnell. Oh. Habe ich mich erschrocken, ey. Noch mehr hier? Uff. Es drückt schon wieder, Leute. Es drückt schon wieder. 25 Teile. Ich habe jetzt so viele Teile. Es gibt es ja gar nicht. Oh, jetzt war es zum Lesen. Ist es wieder die Ich? Tauschnotiz. Gestern habe ich Leute getroffen, die nicht sofort auf mich schießen wollten. Unglaublich. Ich weiß. Wir haben Vorräte ausgetauscht und sind wieder unsere Wege gegangen. Sie hätten Kinder dabei und schienen sehr verängstigt. Fast hätte ich ihnen von diesem Ort erzählt. Aber was, wenn sie wie die anderen sind? Was wenn? Weißt du was? Es ist mir egal. Was bringt es zu überleben, wenn niemand mehr über deine schlechten Witze lacht? Morgen werde ich sie suchen. Vielleicht sollten sie mir hier Gesellschaft leisten. Ich. Okay. Mal schauen, ob die noch am Leben ist, die Dame. Oder ob es eine von den beiden hier ist. Die ich jetzt hier über eine Order angeschickt habe. Beziehungsweise sie sind ja eigentlich schon tot. Es ist ja nur noch der Pilz, der hier die am Leben hält. Oder jetzt Bewegung verursacht. Also neuliche Seele ist da nicht mehr drin. Also, glaube ich mal, wissen tue ich es nicht, aber ich denke es. Die haben keine Gefühle mehr, die Herren. Die Infizierten. Weiter. Ja, das ist so wie ich mir gedacht habe. Das müssen wir als Floß benutzen. Ja, in der Tat, das schon wieder. Und nun hopp, drauf da. Also, sehr schlau. Ah, es wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Okay, die Ellie muss ich jetzt erstmal abliefern, glaube ich, bevor ich den anderen kleinen Mann da raufsetze. Okay. Gut. Oh. Was? Okay. Okay, jetzt werden die hier übergesetzt. Oh, ich glaube nicht, dass es geklappt hat. Na, sag's lieber nicht laut. Kann mir mal jemand helfen? Ja. Wir sind schon froh, bis dahin. In der Tat, wir haben viel erlebt, Kollege. Wir haben viel erlebt. Mal meine Waffe bereit... Oh Gott, ich habe ja gar nichts mehr, ey. Einen Molotow könnte ich jetzt noch herstellen. Ach Gott, ich habe nur noch eine Schrotflinten-Munition. Ist hier was? Jawoll, ein bisschen was haben wir gefunden. Oh. Jawoll. Erreichte Werkzeugstufe 3. Hä? Ist das gemalt? Ist das eine Burg, oder was? Ha. Nicht schlecht. Und in der Kanalisation. Wow. Oh. Der Akustikfall. Eine Alarmanlage. Ich kann gar nichts hören. Hier hat wohl mal jemand gewohnt. Das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. Also, ich höre schon wieder die Infizierten. Wer wohnt denn hier? Wie meint er das hier für ein gutes Versteck hält? Ich habe sie gehört, gerade eben. Oh je, was ist das? Okay. Shorty. Ach, die kann man nicht. Das ist so eine kleine Waffe, gut. Wollen wir die gleich mal probieren. Ich habe sie jetzt ausgerüstet. Zwei Schuss sind drin. Pro Magazin. Trainingshandbuch. Ähm. Beruhig dich. Ähm. Häh. Häh! Oh, Häh! Hä? Ha! Hast du das gesehen? Zu lieber leise, ok? Trainingshandbuch hier. Bombenhandbuchband 1. Verbesserter Radius von eingesetzten Sprengstoffbehälter. Okay. Super. Ist das eine Werkbank? Ne, auch nicht. Ein Schrank. Ich brauche eine Werkbank, Leute. Okay, hier sind wir hergekommen. Dann müssen wir jetzt hier, glaube ich, nach links. Wenn ich das hier aufheben kann. Ne, kann ich nicht. Hier lang. Wer hat denn hier unten mal gewohnt, die ich? Die hat sich ja einen merkwürdigen Ort ausgesucht. Äh, was ist das denn? Okay. Ganz leise jetzt. Okay. Oh, die Shorty hat es aber drauf, ey. Oh, oh. Das ist ein größerer. Schnell, schnell, schnell. Gut. Das war knapp. Tja, wir wissen wohl, was mit ihm passiert ist. Klicker nach zu urteilen, sind sie schon länger tot. Wir gehen weiter. Der ist noch nicht lange tot. Fasslich. Fass. Medikit. Nicht schlecht. Hier kann ich rein. Auch keine Werkbank. Verdammt. Ich dachte, das wäre eine Werkbank. Hier ist noch was zum Lesen. Ist sie das? In der Klemme-Notiz. Wir sind gefangen. Wahrscheinlich sind alle tot. Einige von den Kleinen sind bei mir. Die Infizierten stehen vor unserer Tür. Ich weiß nicht, wie lange wir es noch aushalten. Wenn ich und die anderen am Leben sind, können sie uns vielleicht erreichen. Wenn es soweit ist, werde ich es schnell tun. Keil. Okay. Dann hat er einen Selbstmord gemacht, weil er umzingelt war. Na, Kampfhaufen brauche ich erstmal nicht. Okay, Leute. Das sollte erstmal gewesen sein für den Part. Ich denke, es ist in allerhand schon wieder passiert. Und zwar sind wir jetzt hier mit den zwei anderen Kollegen hier vorne durch die Stadt und haben sie endlich verlassen. Was mich dann ein bisschen negativ aufschließt, ist die Tatsache, dass die beiden uns einmal im Stich gelassen haben. Und das fand ich nicht so prickelnd. Aber im Nachhinein muss man sagen, man kann es auch ein bisschen verstehen. Der Kleine wäre nämlich in Gefahr gekommen. Und er hat eigentlich nur auf seinen Bruder beschützt. Das kann ich schon verstehen. Also das ist dann immer ein zweischneidiges Schwert. Und wir sind jetzt hier in der Kanalisation, in der Hoffnung, diese Brücke umgehen zu können, die wir vorhin vorgefunden haben, die aber eingestürzt war. Und ich hoffe, im nächsten Part kommen wir dann endlich zu Onkel Tommy. Bis dahin. Tschüss. Euer Caligula zockt.